Hallo und herzlich willkommen zum Audio-Rezept für Surf & Turf. Surf & Turf ist eine Kombination von Fleisch mit Meeresfrüchten, meistens die Schwänze von amerikanischen Hummern oder Garnelen und Steak. Für zwei Personen werden folgende Zutaten benötigt. 500 Gramm Rumpsteak, etwa 250 Gramm Garnelen, zwei große Kartoffeln, Kräuter der Provence, zwei Salatblätter, Butter zum Braten, Kräuterbutter, zwei Knoblauchzehen, Kräuterquark, Aioli, Salz, Pfeffer, scharfes Papripulver. Folgende Utensilien werden benötigt. Zwei Pfannen, Küchensieb, Küchenmesser, Alufolie, Küchenkrepp. Zubereitung Fleisch Backofen auf 200 Grad Celsius vorheizen. Die Kartoffeln gründlich abwaschen, trocknen, in Alufolie einwickeln und in den vorgeheizten Backofen auf der mittleren Schiene ca. 30 Minuten backen. Das Rumpsteak leicht waschen, mit Küchenpapier trocken tupfen und in zwei schöne, dicke, rechteckige Stücke portionieren. Die Butter in einer Pfanne erhitzen. Die Knoblauchzehen mit der Messerseite leicht zerdrücken und in die Pfanne geben. Die Steaks ca. 3-5 Minuten auf allen Seiten kurz anbraten. Mit Salz und Pfeffer würzen. Anschließend auf Alufolie zu den Kartoffeln in den Ofen legen. Temperatur auf 100 Grad Celsius absenken. Je nach gewünschtem Gargrad 4-6 Minuten nachgaren. Garnelen Die Garnelen waschen und mit Küchenpapier trocken tupfen. Die Butter in einer Pfanne erhitzen und die Garnelen braten, bis sie eine rötliche bis braune Färbung bekommen. Die Garnelen im Sieb kurz abtropfen lassen. Die Garnelen mit Paprika, Salz und Pfeffer leicht würzen. Butter der Pfanne entnehmen und die Kräuterbutter darin schmelzen lassen. Die Garnelen 2-3 Minuten auf mittlerer Stufe darin braten, anschließend mit Küchenpapier abtupfen. Zusammenführen Die Portionen mit dem Steaks, den Garnelen auf und neben das Steak, den Kartoffeln, diese in der Mitte einschneiden und den Quark dazwischen geben, der Aioli, diese auf dem Salatblatt und den Küchenkräutern drumherum anrichten und servieren. Fertig ist das Surf und Turf Maschi. Als Beilagen eignen sich Salat Diese Varianten gibt es Viel Spaß bei der Zubereitung und guten Appetit!